Ich pack das Geschenk von Melissa aus. Okay, das ist Melissas Geschenk. Sie musste mir das auch per Post zuschicken, weil es zu spät angekommen ist. Aber das ist nicht schlimm, jetzt ist es ja da. Ich bin so gespannt, was das sein könnte. Nein! Der Toaster! Passend zum Wasserkocher, den mir Emil geschenkt hat. Jetzt habe ich Wasserkocher und Toaster für meine Wohnung. Jetzt ist meine Küche fast vollendet. Ich freue mich so, danke schön. Perfekte Kombination.